Hey Leute, ich bin's, der Kuchenjäger. Wie ihr vielleicht am Titel erkennen könnt, habe ich hier eine kleine neue Serie vor, und zwar Kuchenjägers Fan-Teams. Ihr könnt mir ein Team schicken, entweder Twitter, YouTube, hier in die Kommentare, was auch immer. Und das benutze ich dann bei Showdown und probiere es einfach mal aus. Für die erste Folge bin ich allerdings nicht alleine dabei, sondern habe einen Gastkommentator mit eingeladen. Und zwar mich, den Silver. Hallo Leute. Der Silver ist ebenfalls Poketuber. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall mal auschecken, zumal er auch noch zwei Kämpfe sogar zwischen uns hochlädt. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir erstmal Showdown gemacht und wir werden auf jeden Fall noch die Tage, beziehungsweise vielleicht noch heute, ein Wi-Fi-Battle machen, da wir ja frisch Besitzer einer Capture-Card sind. Das müssen wir natürlich jetzt nochmal hier hervorheben. Und ja, dann schauen wir mal. Ich habe mir das Team jetzt nochmal schnell zusammengestellt, also weiß ich gar nicht, wie gut das läuft. Das Team ist von Pokéfreak 390, dass es nicht benutzt. Ich weiß nicht wirklich, was es kann. Okay, ich sehe bei dir schon mal ziemlich fiese Pokémon. Was hast du denn? Du hast zwei Pflanzenschwächen, du hast zwei Flugschwächen. Du hast dann glaube ich auch schon auf. Eis, nein, Feuer. Doch, zwei Feuer hast du noch. Deine sind auch sauergut. Ich sehe jetzt keine Schwäche, die besonders entforsch dich sofort. Ich lieder einfach mal mit dem hier. Das ist immer doof, man kann ja nicht sagen, ich lieder jetzt mit. Ja, ich schau, ne. Okay, also ich muss halt jetzt nachdenken, mit was ich lieder. Ich lieder nur damit. Nein, das hat nicht geklappt. Gehen wir mal da rauf. Das ist mal klar. Ich habe leider her. Okay, ich spiele es sehr gut. Leider keine Pflanzenattacke hier. Ah, stimmt. Die Pflanzenattacke. Hm, wo wird die wohl drauf sein? Kann ich mir das gar nicht denken? Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist halt, hast du den Eisbeam? Fragenbeam. Du hast den Eisbeam. Fragen, freeze! Freeze! Okay, zugeben, du hättest es verdient, so wie ich dich wohl mit der Genauigkeit einfach weggehauen habe. Ja, wobei man das nicht als Hex bezeichnen kann, aber langsam, dann wurde es echt schlimm. Nach einer Zeit war das schon sehr Hex-ähnlich. Ja. Okay. Wow, das hat aber echt guten Schaden gemacht. Mehr als ich dachte, ja. Dafür, dass es Cresselia ist? Cresselia ist laut. Ich meine, das ist dein special defensives Pokémon. Ja, ein Dual Screener. Iiii. Das ist Cresselia. Da muss das I schon in die Lippen kommen, bevor du siehst. Du riechst es. Cresselia, dusche schon wieder. Auch hier. Geh mal duschen. Ah, verdammt. Oh, gar nicht verdammt. Bye, bye. Oh, doch nicht bye, bye. Mann, oh, ich hatte gehofft bye, bye. Wow, das macht aber so viel Schaden. Ja gut, das ist auch sehr effektiv, aber gut, das ist vielleicht auch ein Scheuss-Badded-Megahorn. Der übrigens getroffen hat. Der getroffen hat, ja. Getroffen hat. Schau mal. Ich treff... Hör... Hör... Entschuldigung. Ernster. Naja gut, kannst du auch nichts dafür. Das tut mir jetzt schon so ein bisschen leid. Nein, jetzt tut es dir nicht, gib es doch zu. Ich dachte, erstens gefällt, weil ich Stahl bin, aber so funktioniert das hier ja gar nicht. Äh, das ist, glaube ich, nur Pflanze war es. Schauen wir mal. Io ist eh irgendwie so das Tier, wo ich mir denke, da sind halt bessere Pokémon als den Endu, aber ich denke mir mal, Endu, da gibt es noch echt bessere Pokémon. Burn! Ich dachte, du gehst auf den Ice-Steam. Oh, kriegt er noch den Burn. Iiii. Iiii. Okay, hast du vielleicht auch verdient nach dem Sleep-Powder-Miss und den beiden Dingens, aber... Okay, ich dachte, du gehst auf den High-Jump-Kick. Habe ich kein Problem mit. Ich dachte, du gehst auf den High-Jump-Kick deswegen. Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen High-Jump-Kick, aber ich habe tatsächlich High-Jump-Kick. Okay. Ich habe schon so ein bisschen Angst, jetzt in irgendwas zu gehen, ne? Das ist echt schlimm. Ja gut, was willst du mit dem verbrannten Kickli? Auch wieder die Frage. Aua, Alter. Das macht immer noch 55 Prozent. Was? Wow. Was, Alter. Okay. Da habe ich Kickli echt unterschätzt. Das hätte ich aber auch jetzt echt nicht gedacht. Das war schon echt schlimm, als ich dachte. Aha, das wusste ich. Ob das im Zweifel mal klappt? Nein. Dieses Mal nicht. Das war ein Spiel mit den Feuern. Einfach nur mal sicher gegangen dieses Mal. Wenn du es wechselst, hätte es sich zumindest Schaden gemacht. Ja. Ja, Durant. Durant ist nicht schlecht. Spiel ich auch sehr, sehr gerne. Hat einen guten Angriff und Speed. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Jetzt weiß ich, welchen Move ich auf Christina vergessen habe. Mein Lieblings-Move. Heilopfer, oder? Nein, nein. Die Ding. Wie heißt es? Die. Ich leg mir gerade das Wort echt nicht ein. Die T-Wave. Die T-Wave. Oh, T-Wave. Aua. Ja, der Crit wäre trotzdem ein To-Hit gewesen. Ich glaube aber, dass das für mich gelaufen ist, weil ich einfach gerade nichts gegen das Gewaltruch habe. Ja, da war es so ein bisschen sehr risky mit da im Dingens. Ja, vor allem der Sub. Den Sub, den habe ich jetzt auch nicht gerade gedacht, dass man den da drauf spielt. Und jetzt fehlt mir natürlich einfach die T-Wave, wo ich mir einfach die Parahex dann erforfen kann oder Gewaltruch ein bisschen eindämmen kann. Was macht er? Aua. Durant. Durant, Durant. Ich hätte den Firefang statt den Sunderfang drauf. Kann das Ding Firefang erlernen? Schätze mal schon. Oh! Oh, da kriegt er den Flinch. Komm schon, Durant, tu es für die Kids. Wenn du noch einen Flinch bekommst, ne? Okay, nein. Okay, Drill ran, okay. Gut. Macht weniger Schaden, als ich mir gehofft hatte. Kann zwar jetzt ein Blitzer wechsel, aber es tut immer noch extrem weh. Oder in das da, das tut natürlich dann nicht so viel weh. Schau mal, nach den Leftovers. Sorry, dass ich ein paar Mal ruste, ich bin ein bisschen noch erkältet. Noch gehofft, das Ding kann ja nachkommen. Ja, das hat mich auch überrascht, aber das war halt... Jetzt in Oras, oder? Äh, ja. Oh, natürlich Moonlight, komm. Give me the burn. Das Lustige ist, dieses Match-Up... Das heißt, Toxic. Dieses Match-Up hab ich schon voll oft gehabt. Und, was ist am Ende rausgekommen? Ein ewig langer Stall-Battle. Okay. Okay, damit kann ich leben. Okay, auf ein neues. Durant, tu es für die Kids. Tu es nicht für die Kids. Ähm, ich weiß nicht, ob das mehr Schaden macht. Ich hoffe es einfach mal. Nein. Boah, nicht wirklich. Wieso? Mir hätte klar sein müssen, dass das resistet wird. Ich resiste das auch und wir haben beide den selben Typen. Oh Mann. Stimmt, jetzt fällt es mir gerade erst richtig ein. Nein, du gehst nicht immer Moody. Okay, schade. Da geht es jetzt weiter mit dem Flitschen. Swords Dance. Okay. Könnt ihr jetzt natürlich... Hm. Da muss ich mir mal... Wenn du jetzt den Aqua Jet drauf hast... Ob ich glaube, der reichen würde? Ich weiß es nicht. Das mal schön die Stats nachgucken. Mach ich gerade. Natürlich, ich hab die Krippen gehört. Ja, das mach ich gerade. Ähm... Ippagato auf Englisch. Ferelligator. Danke. Kannst du auch mal mit der Maus zeigen, ob er dein Pokémon geht. Verdammt. Das ist... Tut mir leid, das ist über mein Niveau. Oh, Min-Max-Damage, komm. What the fuck? Das war Min-Damage, oder? Okay, hast du volles HP-Investment, oder? Wobei... Ich dachte eigentlich nicht, dass der Vultwitch dann tatsächlich... Ah, verdammt. Der Kerl hat es mit Live-Aub gerechnet. Ich hab ja kein Live-Aub drauf. Ich war in Lumberry. Gut, das war meine sehr eigene Schuld. Das ist immer so. Man darf nicht zufällig diesen Dillage-Kalt benutzen. Er ist Freunde und Segen zugleich. Komm, Sorg. Die Kids. Sie brauchen dich. Highjump-Kick? Nein, schade. Kann das Ding Highjump-Kick? Ich hab keine Ahnung. Das wäre lustig gewesen, weil ich halt gerade protected hab. Oh, ich glaube, das sieht gar nicht so gut für mich aus. Und das war's dann, glaube ich, sogar schon. Wenn ich jetzt nicht irgendwie was Überkrasses kriege... Da ist mein Special Attack gesenkt. Der Schmerz. Der Schmerz. Es ist... Der Tod. Der Tod ist nichts dagegen. Dieses dreckige Eskarvalier, Alter. Aber das Team ist echt gut aufgebaut, muss man sagen. Also, da komme ich jetzt gerade nicht drüber mit dem random zusammengestellten Team hier. Wow, der Damage. Ja, ein Regahorn hat gemisst. Na, es geht weiter. Los, Leute. Noch 10 Mal ein bisschen. Jetzt kommt der Line. Oh, das ist ein Special Attack gesenkt. Wow, okay. Der Burn nimmt mich einmal raus. Also, bring ich mir das nichts. Oh, Burn hat jetzt so eine komische Animation hier. Kommt zu Feuer. Guck mir. Das wäre gerade so eingefallen. Okay, komm. Verdammt. Para. Dann wäre ich ein bisschen... Durchhund. Wobei, ich hab ein Base Speed von 30. Das wäre so kein Unterschied mehr gewesen. Para. Ja, wenn ich... Was? Der Fallen. Was? Iiiiih. Iiiih. Iiiih. Geh dich. Geh in deine Ecke. Geh in deine Ecke. Al. Den War... Ich hab ganz vergessen, dass das flinchen kann. Alter. Das ist schon so ein richtiges Flinch-Biest. Dieses gute Alte hier. Das ist... Yes, Mr. Durant. Piu. So, was ist jetzt die... Ich bin Choice Bandit, wie man gemerkt hat. Ja gut, dann kann ich dich nicht ausbieten. Das ist TG. TG. Hidden Power Fire übrigens. Okay. Ah, okay, doch nicht Hidden Power Ice. Ja, war auf jeden Fall ein cooler Kampf. Noch einen anderen Kampf hinterher, oder? Ja gut. Wir können eigentlich noch einen Random Battle hinten dran hängen. Okay. Einfach weil... Weil... Weil Mobile. Weil Mobile. Gib Mobile eine Chance. Weil Mobile. Weil Mobile. Was ja, wie viele nicht wissen, dass das erste Mal tatsächlich ein Pokémon XD aufgetaucht ist. Oh, Aurorus mit der schlechten Fähigkeit, okay. Ich hau einfach mal drauf. Hoffentlich kein Blizzard. Hyper Voice. Wow, das macht kein Damage. Der Hagel hat... Die Fähigkeit von den Miaust, der heißt Competitive. Ja. Ups, was geh ich denn jetzt? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas hab, was wirklich was gegen mich machen kann. Zum Beispiel, ich weiß, was für Moves du hast. Vortalk, Stör. Au. Wow. Das ist so viel Schaden macht, den ich jetzt auch nicht gedacht. Los. Miss den Psy-Schock durch Magie. Durch den Hagel, der Hagel, der misst uns dann. Der Hagel macht dann den Rest. Komm, ich werde jetzt schneller sein. Ja, gut, da muss ich raus. Wow. Du bist schneller? Flinch, flinch, flinch. Okay, nein. Wieso bist du schneller? Da fuck. Wie aus dem Halt 150 und warum bist du... Ach, du bist am Hagel verreckt. Am Hagel. Okay. Da ich den Hagel nicht unbedingt nochmal resetten will. Okay. Schick dich auch, oh, ist jetzt rein. Dann soll es lieber jetzt stemmen. Oh, Schackel. Hallo, ich bin jetzt. Keiner mag dich, Schackel. Oh. What the fuck macht das wie Schaden? Schackel, du täuscht mich. Natürlich Sticky Whap. Oh. Schackel tut alles, wie die Kids. Halt, Monry. Kriegt in den Bus. Selbst dann würde ich nicht drinne bleiben. Weil Kampfattacken und so. Wow. Oh, das ist sogar gut für mich. Oh, ich dachte, du gehst auf eine Kampfattacke. Ja. War erst auch so mein Plan, aber... Oh, nein. Strick, oder? Nein, Pinsman. Okay. La, 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 la. Verdammt. Ich habe immer gleich mit dieser Attacke gerechnet. Genau mit der Attacke habe ich da gleich gerechnet. Ja. Das ist immer dieser Suckerpunch. Macht er den? Ja, das ist gerade echt ein bisschen schlimm. Das ist... Ich finde es sogar eigentlich ziemlich witzig. Verdammt. Er hat den Trick doch drauf. Aber er gibt mir das Normal Jam. Nein, ich bekomme den Normal Jam. Du bekommst gar nichts, weil du mir meinen Scheißgaff weggenommen hast. Ach so, verdammt. Warum habe ich eigentlich einen Scheißgaff, wenn meine Attacken Trick, Pain-Split, Substitute und Shadow Boy sind? Damit du den... Damit du den... Jawohl. Du bist doch so oder so schneller als ich, oder nicht? Weil das haben wir die ganze Zeit auf Knock-Off gehen können. Na, ich war nicht schneller. Sicher? Vor uns war der Shadow Boy... Ach stimmt, da, der Shadow Boy war ja. Ja. Deswegen, weil dann hättest du mich rausgenommen und Hitmonlee muss weiternehmen. Okay. Du bist aber schneller, oder? Nee. Ich habe ein höheres Level als du. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ob ich schneller... Doch, ich wäre schneller. Ja. Oh, die T-Boy trifft Hex. 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 Alter, das habe ich einfach ein Team. Schau dir einfach an, was die noch dabei haben. Ey, Dummiesel ist OP. Sag nichts gegen Dummiesel. Natürlich ist es OP. Ich habe echt Angst davor, dass das Ding als ein Eisgeber ist benutzt. Ich glaube, es ist kein Parra. Ja, Body Slam kein Parra. Ja, auch Elektro-Proko, so wie ich weiß. Wow, Duns-Free. Natürlich überlebt es den fucking T-Bolt. Ich habe einfach ein Dekor aus die Dummiesel und aus Schackel. Was willst du eigentlich hier tun? Was versuchst du hier eigentlich? Beten. Beten ist gerade meine größte Chance. Komm, gib mir den Boost. Komm schon, du hast es nur noch viermal oder so. Kein Boost. Ich will den Boost. Dürfte ich ihren Boost haben, Sir? Ich liebe sie. Was hat der Fett? Sagt mich denn so an. Oh Gott. So kann das Ding überhaupt boosten. Nur weil es Flügel hat, ist es unfair. Ey. Sag nichts gegen Dodo. Dodo ist auch am Ende. Dodo, los, flieg. Glurak, du bleibst hier. Para. Nein. Wieso hält das Ding so viel aus? Zu strong. Es ist zu strong for you. Es ist zu strong. Es ist zu stark. Die Macht ist in Dunn Space oder wie man das ausspricht. Spars. Spars. So, jetzt aber. Komm. Was für eine Defensive hat eine spezielle Defensive, wohlgemerzt. Ich weiß, dass du ein fucking Daz warst, das ist so lieb. Das ist so lieb. Das ist so lieb. Ja, aber natürlich kommt die Fahrer durch. Oh Gott. Ja, jetzt trollt er mich noch, indem er weiter keult. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Das ist so genial, dieses Pokémon. Schaut es euch ein. Vielleicht willst du dir ein neues Signature-Pokémon suchen? Ja gut, die Digga-Spie ist da was anderes. Fuck, ich wollte mich gar nicht hochrüsten. Jetzt stallt er auch noch. Nein, ich wollte gerade Coil machen. Das geht ja. Ja, das wäre genauso schlimm. Ich bin gechoice-backed. Ich kann nichts machen. Was? Choice-backs? Und der Dammit? Ja, eben. Jetzt weiß ich, wieso es im End-U ist. Nicht nur wegen seinen Scheiß-Typen. Boah, es ist Dunn Space. Es ist zu krass für dich. Oh Gott, ich muss dich hauen. Ich möchte dich gerade einfach nur hauen. Hier. Rage-Halk in die Kamera gehangen. Ich fühle den Metallschmerz. Hörst du jetzt mal auf zu rusten? Ich muss aber überleben. Ich tue alles für die Kids. Alles für die Kids. Crit. Rate mal, was jetzt kommt. Crit, verdammt. Na gut, ich muss ja nicht. Ich busse ja nicht in meiner Defensive. Oh, okay. Okay. Dann Sparks. Die Kids. Das ist jetzt natürlich ein Crit. Der hat natürlich gewandert. Wie viel Elb-Key für deine 27 gemacht? So, komm. Komm, Crusty. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Stun Sparks. Ein Überlebsel, komm. Parra! Ey, wehe, ich leg jetzt noch die Full-Para. Crit! Okay, das war es. Ich glaube, ich sogar weiß. Nein, nein. Es ist erst vorbei, wenn die KP auf Null sind. Und du hast noch ein Mega. Oder ich weiß nicht. Immer ein Ding ist ja schwarz angezeigt. Also wird nicht angezeigt. Ich hatte ein Mega-Blast-Toy. Ich glaube, nee. Achso, ja, stimmt. Das ist weg. Das wäre wahrscheinlich Mega. Nein, es war ein normales Blast-Toy. Anscheinend. Was für ein Punkt hat er mich angezeigt. Router wird angezeigt. Ach, stimmt. A la Kasern hatte ich. Ja. Ich bin Sala. Okay, also war auf jeden Fall ein lustiges Match. Auf jeden Fall. Are you, konnte ich... Ja, war auf jeden Fall outplayed von dir. Also da konnte ich echt nicht viel machen. Ich habe mich einfach weggeswagged. Ja, einfach weggeswagged. Ja. Aber den Swag habe ich mir zurückgeholt. Mit Dunspar. Also ich fordere es für something. Ich fordere es. Ich fordere es. Ja, ich bedanke mich erst mal fürs Zuschauen. Danke, dass du dabei warst. Auch wenn der letzte Match... Der Match. Der Match. Der Match. Jetzt hat es auch noch deine Grammatik gefickt. Richtig, mich ein bisschen kaputt macht. Ja, wenn ihr eine Idee für ein Team habt, am besten unten in die Kommentare oder so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschö tschö. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017